Oh, Gott. What the fuck? Und wir sind live. Ich grüße euch, meine Lieben. Es wird interessant. Jetzt, als wir Layers of 4 gespielt haben, habt ihr es ja mitbekommen. Eine meiner größten Ängste sind tatsächlich Puppen. Und darum geht es unter anderem hier. Ich habe so absolut gar keinen Bock, ich schwöre es euch. Da bist du doch. Verpiss dich. Ich sehe, die bewegt sich die ganze Zeit. Alter. Nö. What the fuck? Sollten wir sie jetzt anschauen, die ganze... AHHHHH! War da irgendwas? Ich glaube nicht. Alter, macht die einen Dab? Die macht einen Dab. Mädel, ich bleib aber weg von dir. Verpiss dich. Kann ich die Taschenlampe nehmen? Boah. Quack, quack, quack. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du hast Hausarrest. Geh in dein Zimmer. Aber sofort. Hörst du, Fräulein? Alter, wenn ich mich jetzt umdrehe. Okay. Scheinbar, ähm... Hört sie. Oh Gott, ich höre schon wieder irgendwas. Ich höre schon... What the fuck? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? AHHHHH! AHHHHH! Geh! AHHHHH! AHHHHH! Geh, hab ich gesagt! Ich krieg ja noch Tourette, Alter, wegen dir. So ein Mann. Wo bist du, wo bist du? AHHHHH! Mädel, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich. Das wär jetzt schön. Okay, gibt's noch jetzt eine neue Anweisung in der Küche oder so? Oh Gott. 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 Arschloch. Alter, das ist fies. Das ist ganz, ganz fies. Das ist ganz, ganz fies. Na ficken, Mann! Muss ich ihn anschauen? Das ist, ich muss mich doch bewegen, Mann! Alter, Double Penetration von beiden jetzt, oder was? Ah, Mann! Don't run from him. Don't run from him. Don't run from him. Don't run from Chester. Hä? Hä? Ja doch, wir sollen vor ihm wegrennen. Doch, hab ich dann doch richtig verstanden. Oh Gott. What the fuck? What the fuck? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Du heißt nicht Chester, du heißt jetzt Jeremy. Jeremy! Jeremy Pascal! Hallo? Alter, wer bist du denn da hinten? Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Wir haben jemand Neues kennengelernt. Ähm. Ach ja, ich wollte ja von meiner Kindheit erzählen. Also, wo war ich von? Alles fing an, als ich vier Jahre alt war. Und das Wichtige, was nämlich du vor der Geschichte wissen musst, ist. Dann halt nicht. So, aber jetzt können wir mal ein bisschen. Alter! Ich, du warst doch schon. Hier krabbeln haben sie. Und dann stand es ja in dem Raum hier hinten quasi. Oh je. Ähm. Irgendwie auf so einer Barrik. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie ficken, Alter! Seid ihr auch für eine Pause? Erstmal kurz. Was musstest du bei Gundula machen? Gundula muss man die ganze Zeit anschauen. Peter, der Meter, darfst du dich nicht bewegen. Und bei, äh, Jeremy musst du in einen anderen Raum rennen. Nero, komm mal her. Ich brauch Liebe jetzt. Ich brauch Liebe, Nero. Ich brauch Liebe, Nero. Komm her. Komm, Papa. Ich brauch Liebe, Baby. Ich brauch Liebe. Ich brauch Liebe. Wie ist das gut? Ja, richtig old school, oder? Wer kennt noch Bärbel Schlefer? Hast du etwa gerade meine Todesursache gelesen? War wohl zu dolle, ne? BGF? BGF? Fuck you. Fuck you. Greg! Da bist du ja wieder. Leute, ich wünsche euch was. Macht's wie immer nicht so dolle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Einen schönen Freitagabend jetzt. Lasst es euch gut gehen. Und dann sehen wir uns entweder, also spätestens morgen und Sonntag in unseren Videos. Und ansonsten Sonntag oder Montag wieder im Stream. Live hier. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.